Die Schulden des insolventen Lendingdienstes sind laut Insolvenzverfahren über doppelt so hoch wie ursprünglich angegeben. Das wahre Ausmaß des Celsius-Bankrotts beginnt sich erst jetzt richtig zu zeigen. So hatte Celsius noch bei Einreichung der Unterlagen am Konkursgericht in New York eine Schuldenlast in Höhe von 1,2 Milliarden US-Dollar angegeben. Das tatsächliche Defizit beläuft sich jedoch auf 2,85 Milliarden US-Dollar. Dies zeigte der jüngste Bericht im Insolvenzverfahren gegen den zahlungsunfähigen Kryptospardienst. Damit steigen die Verbindlichkeiten auf mehr als das Doppelte der ursprünglichen Angabe an. Aus dem Bericht geht weiter hervor, dass Celsius ganze 62.000 Bitcoin umgerechnet 1 Milliarden US-Dollar seiner Kunden verloren hat. Insgesamt steht den Verbindlichkeiten von etwa 6,7 Milliarden US-Dollar lediglich ein Vermögen von 3,82 Milliarden US-Dollar auf der Bilanz entgegen. marble US-Dollar Blanz Auch so